malzeit freunde willkommen zurück bei fortnite und den legends landing bonus zielen so vier stück an der zahl gibt es wenn wir drei davon abschließen bekommen wir einen neuen lade screen und viele weitere herausforderungen für jede herausforderung abschließen so rum bekommen wir nochmal 8000 erfahrungspunkte heißt wir kriegen einen neuen lade screen und 32.000 erfahrung für wenig aufwand und zwar die aufträge sind baugebäude in einer baukampfarena bei legends landing als nächstes kauf einen umriss oder einen kondensstreifen bei legends landing auch kein problem sammelt die münze beim legends landing kino ein kennt man ja auch schon aus diesen soundwave rein sich das ein bisschen angucken wenn es vorbei ist zack die münze eingesammelt alles kein problem und zum schluss trifft schießstand ziele bei legends landing das ganze fünf mal machen so das sind die herausforderung und für jede herausforderung werde ich euch jetzt mal einen kleinen clip einspielen angefangen mit baugebäude dann geht es weiter mit kauf ein umriss oder ein kondensstreifen als nächstes natürlich sammle die münze beim kino so Vielen Dank. Und zu guter Letzt, die Schießstandziele. Und zu guter Letzt. Geht's auch schon los. In diesem Sinne, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.